Das Shirazaya Katana haben wir nach einer Vorlage von Higo Munikage geschmiedet, die aus dem Jahr 1836 stammt. Die 68,8 cm lange Klinge ist aus T10 Stahl geschmiedet. Die Härte beträgt wie immer 60 zu 40 HRC. Auf der Klinge befinden sich zwei schmale Hi, die zur Mitte der Klinge hin ein Schwert formen und dann unterbrochen sind von Bongi. Das Hamon ist sehr intensiv und die Klinge sehr scharf.